ein bruch in der dezimalzahl sind eine kommazahl umzuwandeln das geht eigentlich ganz easy ich habe aber geschrieben aber langsam langsam damit man sich nicht in den hals bricht ich zeige mal ein trick also erst mal ganz normal ist es ja so dass ich sage drei zehntel aha eine null okay das sind 0,3 denn hier ist eine kommastelle die zehn hat eine null also hier eine kommastelle ist aber alles bekannt ich glaube ich werde dann hier oben mal links anbringen guckt mal auf das was da immer steht also bei den links da könnt ihr ruhig drauf klicken das ist überhaupt nicht schlimm da wartet das video hier also hier oben ist das immer gut okay machen wir weiter in blau 700 aha ich habe zwei kommastellen also schreibe ich diese alle sieben hierhin lassen bisschen platz 0,07 kein problem 12 zehntel schreibe ich die alle 12 ein bisschen platz lassen aber ich sehe eine kommastelle also war das gar nicht so wichtig mit dem platz 319 hundertstel naja dann schreibe ich die zahlenfolge 319 hin und sage zwei kommastellen brauche ich hier sind gut das war leicht bei ein halb okay das weiß jeder mittlerweile dass es 0,5 ist aber was mache ich eigentlich ich erweitere mit fünf so dass daraus wird fünf zehntel und die fünfzehntel wieder ganz easy das sind dann 0,5 das ist noch gar nicht so der schlimme bei drei zwanzigstel sage ich okay bevor ich hier wieder irgendwie in hals brechen will soll ich nur das ist drei und hier unten steht eine gerade zahl und jetzt kommt der trick eigentlich wenn hier unten gerade zahlt irgendwas mit einer zwei oder dem vielfachen einer zwei also 2 4 6 8 10 12 14 6 und so weiter und so fort wenn das steht einfach mit fünf arbeitern und sich ran tasten hier habe ich glück gehabt fünf mal 20 ist hundertstel wunderschön hier oben steht eine 15 also ergibt das automatisch 0,15 jetzt bin ich wieder beim einfachen jetzt habe ich unten eine dezimalzahl stehen in reinster kultur also ein vielfaches von zehn wunderschön vier zwanzigstel wenn ich jetzt hier mit fünf erweitern würde dann wäre ich ja blöd dann mache ich das hier durch fünf nee das geht auch nicht dann geht die vier geht nicht durch fünf so was kann man nicht machen aber durch was kann ich beide teilen so dass ich 10 rauskriege natürlich zwei und es geht leichter durch zwei hier oben vier durch zwei ergibt zwei hier unten 20 durch zwei ergibt zehn zwei zehntel wissen war aha 0,2 wenn ich mit fünf erweitert hätte 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 ich dann wahrscheinlich eben hundertstel rausgekriegt also zwei 20 hundertstel geht auch hier wenn unten drei steht und oben auch irgendein vielfaches von einer drei irgendwie um und unten dann klappt es nicht immer aber hier können wir zum glück kürzen und zwar durch was durch drei ergibt sich eine zwei und durch drei ergibt sich eine zehn ach das ist ja auch 0,2 sehr schön jetzt tippeln wir uns mal noch ein bisschen weiter ran ich sagte wenn unten ein vielfaches von einer zwei steht dann erst mal mit fünf probieren wenn ich das mit fünf probiere hier dann habe ich 15 zwanzigstel ach na gut also das mache ich mal in rot noch mal mit fünf erweitern aha dann ergibt sich hier oben fünf mal fünf ist 25 halbschriftliches multiplizieren vielleicht kriege ich einen link unter fünf mal eins ist fünf und die zwei dazu ist sieben und hier unten habe ich hundertstel na super das ergibt 0,75 jetzt bin ich wieder hier im einfachen teil automatisch habe ich mich ran getastet und der trick ist es eben sich ranzutasten wer das weiß der nimmt alles gleich mal 25 hier wird es noch blöder hier sei gut ist ein vielfaches von einer zwei na gut mal fünf mal fünf mal sehen was passiert dann habe ich hier einstweilen fünf zehn vierzigstel ich mache mal in rot weiter noch mal fünf wieder mal fünf und noch mal fünf es ist übrigens wie beim kürzen auch erlaubt beim erweitern zu sagen das ist 75 ich muss bloß das alte eben durchstreichen und das ist 200 jetzt mache ich mal ein grün weiter wenn ich das mal fünf nehme dann erhalte ich tausendstel und das mal 5 5 mal 5 ist 25 5 mal 7 ist 35 37 und jetzt habe ich das mal fünf hinschreiben mal weggelassen und habe gleich erweitert im kopf ergibt also drei kommastellen 0,375 jetzt wird es knapp mit dem schreiben hätte ich platz lassen sollen egal bei 1 16 das ist ein vielfaches von zwei tasten wir uns ran mal fünf mal fünf ergibt hier fünf und hier fünf mal sechs ist 30 fünf mal zehn ist 50 zusammen 80 80 moment mal da müsste ich gleich sagen wenn ich bei achtel das hatte ich doch hier mal fünf mal fünf mal fünf mit 125 erweitere dann komme ich auf einen schlag weiter ich könnte natürlich auch wieder sagen okay mal fünf und so weiter wenn ich mich nicht ganz traue erweitere ich erst mit 25 aber bei achtel waren 125 dann kann das bei achtzigstel auch nur gut sein in blau weiter mal 125 oben und unten nicht vergessen das ist erweitern und jetzt sage okay kann ich wieder halbschriftlich machen fünf mal fünf hier oben bin ich jetzt fünf mal fünf ist 25 5 mal zwei ist zehn und zwei ist zwölf immer eins gemerkt 5 5 und 1 ist 6 6 125 625 achtung 8 125 sind 1000 aber wir dürfen diese olle 0 hier die dürfen wir nicht vergessen die müssen wir noch anhängen und jetzt bin ich wieder in einer schönen lage ich habe hier unten ein typisches schönes vielfaches von 10 10 mal 10 mal 10 mal 10 1 2 3 4 kommastellen die 625 mit platz hinschreiben aha jetzt habe ich schon drei kommastellen jetzt habe ich die vierte also ist es das gut ich hoffe das hat geholfen das war jetzt ein bisschen länger ich habe ja auch gesagt ich mache es langsam ich taste mich ran gut fassen wir noch mal zusammen zum schluss werde ich jetzt hier nochmal links zu anderen varianten einfügen was was wir alles noch machen aber fassen wir mal zusammen wenn ich unten keine 10 100 10 1000 oder 10.000 oder 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 stehen habe dann erweitere ich oder kürze je nachdem zweckmäßig so lange wie es geht wenn es gar nicht geht dann muss ich die alte rattenschwanz rechnung anwenden aber wie gesagt dass dieser link zur kurzen variante nicht so langsam zur kurzen der kommt noch mal hier zum schluss und in der kurzen wird auch gezeigt dass ich notfalls mit rattenschwanz nicht durchkämpfen muss also zahlen durch irgendwelche anderen zahlen dividieren mit schriftlichen berechnungen und dann habe ich irgendwelche kommazahlen und 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 gut ich wünsche was macht's gut tschüss